Der Hauslwirt ist schon seit Jahrhunderten eine Institution in Golding. Seit 1350 kommen schon Gäste zu uns ins Haus und auch wir als Familie sind schon in der dritten Generation als Wirtsleiter. Als Drei-Sterne-Betrieb haben wir natürlich im Laufe der Jahre immer wieder in Qualität und Komfort investiert. Zum Beispiel ist unser ganzes Haus inklusive aller 39 Zimmer barrierefrei gestaltet. Unser Gaststurm, wo er da stande steht, haben wir ihn bewusst im Stil der 50er lassen, weil viele Gäste die urige Gemütlichkeit schätzen. In der Kulinarik setzen wir auf regionale, gutbürgerliche Küche. Besonders beliebt sind die saisonalen Gerichte wie jetzt zum Beispiel unser Martini-Ganzl, das wir in verschiedensten Varianten zubereiten und wo unsere Gäste auch gerne ein Stiegelbier dazu trinken. Wenn mich einer fragt, warum ich nach Golding zum Hauslwirt kommen soll, hätte ich gesagt, weil es sich bei uns von ersten Momenten wie zu Hause fühlt. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020